Hey Gordon, was machst du gerade? Um ganz ehrlich zu sein, mir geht's beschissen. Ich glaub nicht mehr an Beziehungen und schreibe zwei Frauen gleichzeitig, weil mein Kollege mir eine Dating-App installiert hat. So, jetzt kann die Post abgehen. Was haben wir denn heute auf dem Schirm? Da ist eine Frau, die ist draußen in der Wüste. Worauf wartet die denn? Sie haben hier unter dem Kind, sie werden. Jordan, haben Sie die Frauen kontaktiert? Wie ist der Befohlenabmann? Ich hab keine Lust, mich durch die Gegend zu vergehen. Oh, ich muss los. Ich muss ja wieder arbeiten. Sicher. Miss, Sie befinden sich in der Nähe eines Sperrgebiets. Soll ich Ihnen Hilfe schicken? Miss? Das hier ist privates Gelände. Du hilfst dir aus dem Land zu fliegen? Ich muss das sofort melden. Nein. Du gestattest mir, meinen Auftrag zu Ende zu bringen. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie du aussiehst. Ich glaube inzwischen, dass Menschen mehr als nur ein Seelverwandten haben können. Ja, ich glaube wirklich, dass du wieder glücklich sein wirst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017